Hallo und herzlich willkommen bei deiner Hypnose zum Lösen von Blockaden. Die Hypnose wird dir dabei helfen, unbewusst alles loszulassen, was dich gerade belastet. Und dabei ist es nicht notwendig, genau zu wissen, um was es sich handelt. Denn dein Unterbewusstsein ist so intelligent, dass es selbst entscheidet, welche Blockaden es gerade loslassen möchte. Mein Name ist Joy und ich bin Rückführungstherapeutin, Hypnose- und Kreativcoach und ich werde dich heute bei dieser Blockadenlösung begleiten. Wir starten gleich mit der Hypnose und bitte bediene währenddessen keine Maschinen und fahre auch kein Auto. Und mach die Hypnose auch nur, wenn die Kontraindikationen auf dich nicht zutreffen. Die Kontraindikationen kannst du auf meiner Webseite einsehen und wenn du eine Online-Hypnose oder eine Online-Rückführung buchen möchtest bei mir oder aber auch an meinem Kurs teilnehmen magst, der jetzt am 2.1., das ist ein Samstag, startet, dann kannst du die Informationen dazu unter dem Video einsehen. In dem Kurs geht es darum, dein inneres Licht zu erkunden, mithilfe deiner inneren Bilder. Wir werden gemeinsam malen, es wird eine Meditation geben. Und das Ganze läuft auf einer Spendenbasis als Wertschätzung. Vergiss jetzt nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du auch immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online geht. Und jetzt fangen wir auch schon an. Mach es dir so richtig bequem. Dieser Moment ist nur für dich alleine. Und schau nochmal, ob du richtig liegst oder ob du noch etwas verändern möchtest. Und wenn du deine Position gefunden hast, dann nimm einmal drei ganz tiefe und bewusste Atemzüge. Vollständig einatmen und ausatmen. Noch einmal ganz tief einatmen. Füll deine Lungen mit Sauerstoff und ganz bewusst und voll ausatmen. Und noch ein letztes Mal ganz tief einatmen. Und vollständig ausatmen und schließ deine Augen. Und lass dich nun durch meine Worte tragen. Lass dich durch deinen Atem tragen. Tragen in eine wohltuende Entspannung hinein. Dein Unterbewusstsein öffnet sich immer weiter und weiter. Und nimm meine Worte ganz tief in dein Inneres auf. Ich werde dir nun dabei helfen, in eine ganz tiefe körperliche Entspannung zu finden. Eine tiefe Trance, in der dein Unterbewusstsein ganz weit geöffnet ist. wie angenehm nichts muss jetzt sein. Und doch darf alles sein, was gerade sein will. Die Hypnose ist eine uralte Wissenschaft, die bereits die alten Griechen nutzten, um den Körper und den Geist zu heilen. Zu heilen von Krankheit, von geistiger und körperlicher Krankheit. Und so ist die Trance ein ganz normaler Zustand, den du jeden Tag mindestens zweimal erlebst. und dein Geist mag vielleicht rätseln, wie sich dieser Zustand anfühlt. Und erlaube deinem Geist, diese Gedanken aufkommen zu lassen und sie dann auf einer Wolke am Himmel immer weiter und weiter wegziehen lassen. Du darfst jetzt loslassen und im Vertrauen meiner Stimme einfach sinken. Lass dich einfach sinken, ganz einfach so, als würdest du in ein Wolkenbett sinken. ruhig und entspannt. Ganz angenehm und wohlig. Und stell dir vor, wie du von außen aussiehst, während du hier gerade ganz entspannt liegst oder sitzt. und stell es dir so gut vor, wie nur gerade möglich. Wie siehst du aus? Wie sehen deine Gesichtszöge aus, während du entspannt hier liegst? Stell es dir richtig vor. Und stell es dir richtig vor. Wie sitzt oder liegt dein Körper in völliger Entspannung? Stell dir das einen Moment vor. Und entspanne nun deinen Kopf. ganz angenehm weich. Und lasse jeden kleinen Muskel der Anspannung los. Und die Anspannung kann so durch deine Gedanken aus dir herausfließen. wie ein Wasserfall, der sich seinen Weg nach unten bahnt. Lass einfach los. Ganz tief, entspannt und angenehm ruhig. Entspanne deine Augen und stell dir vor, auf deinen Augen würden kleine Sandsäckchen liegen, die deine Augen ganz angenehm schwer nach unten ziehen. Und so kann sich die Entspannung in deinen Augen und um deine Augen herum noch vertiefen. Deine Augen sind ganz fest verschlossen und tief entspannt. Und selbst wenn du deine Augen öffnen wolltest, würde dir dies nicht gelingen, weil du die Entspannung in dir zulässt und meinen Worten mit deiner Aufmerksamkeit folgst. Ganz tief, entspannt und fest verschlossen. Keine Notwendigkeit jetzt etwas zu verändern. Einfach sein und loslassen. Sehr gut. und nimm einmal das Gewicht deines Kopfes wahr und entspanne deinen Kopf noch ein bisschen mehr. Entspanne deine Stirn ganz entspannt und locker. Spüre, wie deine Stirn sich glättet. Einfach loslassen, ganz ruhig und entspannt. jeder kleine Muskel darf jetzt einfach loslassen. Lass dich tiefer sinken durch meine Worte so wie ein Stein, der über die Wasseroberfläche eintaucht und hinunter sinkt auf den Meeresboden. So kannst auch du in die tiefe Trance sinken. Entspanne deine Ohren einfach loslassen. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Lippen und stell dir vor, wie du im Geiste deine Lippen einmal umrandest und dabei das Gefühl der Anspannung hinaus streichst. ganz locker und angenehm Ruhe und Entspannung und entspanne jetzt deinen Kiefer aus jeden kleinen Muskel einfach los. Der ganze Kiefer ist entspannt und angenehm ruhig und dein ganzes Gesicht ist jetzt ganz angenehm entspannt und entspanne einmal deinen Hals. Lass die Welle der Entspannung über deinen Hals in deine rechte Hand wandern. Entspanne jeden Muskel deiner rechten Hand und spüre ob du jeden einzelnen Finger genügend entspannt hast. Und wenn du bemerkst das irgendwo noch ein wenig Anspannung ist, dann lass sie mit dem nächsten Ausatemzug einfach gehen. Entspanne nun deine linke Hand einfach loslassen und sinken. betragen von meinen Worten immer tiefer und tiefer in dieses angenehme Gefühl und spüre nun ob du jede Anspannung losgelassen hast. Spanne deine linke Hand noch ein kleines bisschen mehr sehr gut und lass dich tiefer und tiefer sinken und und umso tiefer und tiefer du sinkst so weiter und weiter öffnet sich dein Unterbewusstsein und nimmt meine Worte ganz tief in sein Inneres auf immer weiter und weiter und immer tiefer und tiefer in die Ruhe und Ausgeglichenheit die Welle der Entspannung breitet sich weiter aus über deine Schultern zum unteren Rücken und von hier aus weiter in deinen Brust Bereich tiefer und tiefer in die Versunkenheit lass jegliche Anspannung in deinem Herz Bereich einfach los so als würdest du ein strammes Seil einfach loslassen Ruhe und Gelassenheit reiten sich in dir aus entspanne deine Beine und lass sich die Welle der Entspannung weiter ausbreiten nach unten über deine Beine ganz angenehm entspannt immer tiefer tiefer und tiefer sinken jegliche Anspannung fließt nun über deine Füße ab so wie der Wasserfall der sich seinen Weg nach unten bahnt kannst du jetzt einfach loslassen und vom angenehmen Klang meine Stimme tragen tiefer an dieses angenehme Gefühl hinein dein Unterbewusstsein hat bereits jetzt damit begonnen sich immer weiter und weiter zu öffnen um meine Worte ganz tief in dein Inneres fließen zu lassen dein Körper ist nun ganz tief entspannt und kann meine Worte tief in sich aufnehmen stell dir nun bitte eine Situation vor welche du vor kurzem erlebt hast eine positive Situation das kann ein ganz kleiner Moment voller Freude gewesen sein und stell dir diesen Moment so gut vor wie nur möglich tauche ganz in diese Erfahrung ein lass die Bilder mit deiner Vorstellungskraft entstehen Worte Gerüche Gefühle ich gebe dir einen kurzen Moment Zeit dafür und von hier aus denk bitte an einen Moment aus deiner Kindheit ein schönes Erlebnis frühest möglich an welches du dich erinnern kannst wenn dir nichts einfällt dann stelle dir einen Moment vor den du gerne so erlebt hättest lass auch hier wieder Bilder mit deiner Vorstellungskraft entstehen Ich bitte dich nun eine kleine Rechenaufgabe zu lösen dies wird deinem Gehirn helfen alle wichtigen Bereiche die es für diese tiefe Trance benötigt zu aktivieren wenn du das Ergebnis bereits hast bevor ich die nächste Aufgabe stelle dann visualisiere dir dein Ergebnis als Zahl im Geiste bis ich weiter verfahren rechne bitte fünf plus sechzehn plus sieben plus dreizehn plus neun sieben minus elf plus sieben minus dreizehn sehr gut und jetzt lass all die zahlen einfach los folge meinen worten mit deiner aufmerksamkeit lass dich tiefer in die entspannung sinken mit jedem wort das ich sage einfach los lassen mit jedem Atemzug tiefer in die Ruhe Entspannung und Ausgeglichenheit stell dir nun eine Treppe vor du stehst oben an der Treppe und schau dir das Treppengeländer an die Stufen und in einem Moment in dem ich von zehn auf eins runter zähle läufst du mit jeder zahl die ich sage eine stufe hinab und mit jeder stufe die du nach unten steigst beleitest du tiefer und tiefer in die Trance tiefer in die Ruhe und Entspannung hinein und zehn und geh nun den ersten Schritt deine Glieder sind angenehm schwer neun einfach loslassen und entspannen acht wie ein stein der über die wasseroberfläche eintaucht und zum meeresboden sinkt sinkst du tiefer und tiefer an das gefühl der entspannung hinein sieben ganz tief entspannt sechs lass dich sinken mit jeder Zahl die ich sage fünf und noch tiefer und tiefer vier mit dem nächsten Schritt gehst du noch ein bisschen tiefer in die Ruhe hinein drei dein ganzer Körper ist angenehm entspannt und ruhig zwei dein geist ist entspannt und mit der nächsten Zahl sinkst du noch fünf mal tiefer in diesen angenehmen Zustand und eins einfach loslassen sehr gut ich werde deinem Körper und deinem Unterbewusstsein die Möglichkeit geben alle Blockaden in deinem Inneren zu lösen um neue Energien und Kraft zu schöpfen dass du dich wohler und wohler fühlen kannst dein Unterbewusstsein übernimmt nun die Steuerung und es führt dich in einen Zustand in dem du dich vollkommen wohl fühlst tiefer und tiefer in die vollkommene Ruhe und Entspannung du entspannst einfach und dein Unterbewusstsein wird das Ruder übernehmen so wie es dies schon viele Male in deinem Leben getan hat und du kannst dich währenddessen mit neuer Energie aufladen und entspannen ich bitte dich dir das was ich sage mit Hilfe deiner Vorstellungskraft einfach vorzustellen damit kann dein Unterbewusstsein alle wichtigen Prozesse in Gang setzen so dass du dich befreiter und kraftvoller fühlst stell dir bitte einmal vor alles was dich wächt alle Blockaden das was dir Kraft nimmt egal ob Gedanken Stress oder Unruhe oder vielleicht eine Erkältung alles was deinem Körper und deinem Wohlbefinden im Weg steht all das fließt nun zusammen und bildet einen großen Schneeball einen großen Schneeball der sich irgendwo befindet und hab keine Sorge du kannst keine Kälte spüren du fühlst dich vollkommen wohl der große Schneeball ist nur ein Symbol das deinem Unterbewusstsein helfen soll die Blockaden erreichbar zu machen um sie dann zu lösen und schau mal wo in deinem körper du diesen Schneeball platzieren kannst nimm nimm ersten Gedanken der dir in den Sinn kommt der sich stimmig anfühlt vielleicht in deiner Brust den Schultern oder dem Bauch oder auch irgendwo anders ganz einfach da wo es für dein Unterbewusstsein stimmig ist und lass all die Blockaden zusammen fließen zu einem großen Schneeball stell dir den Schneeball richtig vor sieh ihn mit deinem inneren Augen wie groß ist er wie fühlt er sich an hart fest gefroren und sieh wie viele Blockaden da zusammen geflossen sind sieh wie die Summe aller großen und kleinen Dinge die dich belasten oder bedrücken körperlich oder selig einen großen Schneeball gebildet haben gleich kannst du beginnen diesen Schneeball zu schmelzen dein Unterbewusstsein kann dabei selbst wählen wie es dies tun möchte mit der angenehmen Wärme des Sonnenlichts oder einem Feuer oder sonst was ganz so wie du es möchtest lass nun die Wärme auf diesen Schneeball fließen sieh mit deiner inneren Wahrnehmung wie dieser Schneeball zu schmelzen beginnt mit ihm schmelzen alle Blockaden in deinem Körper in deinem Unterbewusstsein deiner Seele Alles was von ihm abschmelzt verwandelt sich in einen farbigen Duft deiner Lieblingsfarbe Dampf farbiger Dampf deiner Lieblingsfarbe Sieh sieh deine Lieblingsfarbe vor deinem inneren Auge und der Dampf gleicht dem morgendlichen Dampf auf den Feldern wenn der Tag herein bricht es ist ein ganz besonderer Dampf heilsam und warm und all das was eben noch hart und fest war ist nun weich und beweglich was eben noch belastend war ist nun hilfreich denn dein Unterbewusstsein löst die Blockaden nicht nur auf es transformiert sie auch in etwas Positives was dir hilft und Kraft spendet und der farbige Dampf deiner Lieblingsfarbe steigt von dem Schneeball auf und beginnt auf ganz angenehme Art und Weise durch deinen Körper zu wandern spüre wie der farbige Dampf aufsteigt und zu fließen beginnt fühle in deinem Körper fühle wie er sich immer mehr und mehr in dir ausbreitet und mit ihm ein ganz angenehmes befreiendes Gefühl der Dampf fließt durch deinen gesamten Körper und dort wo seine heilsame Kraft besonders benötigt wird sammelt er sich und beginnt seine heilsame Kraft seine angenehmen Wärme und wohltuenden Energie zu lösen was blockiert ist mit seiner heilsamen Energie und wohltuenden Wärme fließt durch deinen gesamten Körper und löst jede Blockade in jedem Winkel und erfüllt dich mit vollkommen angenehmer Energie und Kraft vielleicht spürst du wo er gerade fließt wo er sich gerade sammelt um etwas zu lösen und je mehr du von dem Schneeball schmilzt desto mehr farbiger Dampf steigt auf und fließt durch dich hindurch desto mehr heilsame Energie und Kraft bekommst du desto besser kann der Dampf dein Inneres reinigen desto leichter kann er alle Blockaden lösen und deinen Energiefluss in deinem Inneren wieder frei werden lassen sodass alles in dir wieder vollkommen fließen kann schmilzt nun den Schneeball lass ihn verdampfen sieh wie er immer kleiner und kleiner wird und wie sich dein Körper deine Seele immer mehr und mehr mit heilsamer Energie füllt und vielleicht kommt gerade etwas ins fließen wo vorher ein Stau war vielleicht fließt diese heilsame Energie gerade an eine Stelle die vorher nicht zugänglich war und füllt sie mit dieser angenehmen heilsamen Wärme spüre für einen Moment was sich in deinem Körper bewegt genieße dieses angenehme Gefühl fühle wie dieser farbige Dampf deinen gesamten Körper einhüllt ihn reinigt deinen Körper deinen Geist und deine Seele dein Unterbewusstsein lässt alles los lässt alles los was es vorher festgehalten hat und spüre diese Erleichterung in dir dein Unterbewusstsein kann diesen Dampf in dir rotieren lassen solange wie es ihn benötigt und ihn dann über deine Atmung abgeben und du bist nun völlig gelöst und frei vielleicht wirst du überrascht sein was sich durch diese Reinigung in deinem Leben in dir verändern wird Dinge die du vielleicht vorher nicht für möglich gehalten hast werden nun ganz von selbst auf optimale Art und Weise zu deiner Zufriedenheit geschehen ich werde nun von 1 bis 3 zählen und bei 3 öffnest du deine Augen und bist vollkommen wach und klar voller Energie und Leichtigkeit im hier und jetzt 1 komm mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück in diesen Raum und 2 dein Herzschlag und dein Puls normalisieren sich wieder auf für dich ganz angenehme Werte und 3 öffne deine Augen und sei vollkommen wach und klar wieder zurück im hier und jetzt ich freue mich sehr wenn dir diese Hypnose Ruhe Kraft und Ausgeglichenheit geschenkt hat wenn du damit etwas für dich lösen konntest lass mich bitte deinen Wunsch für die nächste Hypnose oder für ein nächstes Video wissen und schreib es mir unten in die Kommentare rein ich freue mich natürlich auch wenn du mir ein like da lässt wenn dir die Hypnose gefallen hat und bitte denke daran dass diese Hypnose diese Blockaden Lösung die nächsten 72 Stunden noch in dir nachwirkt und arbeiten wird vergiss vergiss nicht jetzt noch schnell auf den abo knopf zu drücken und die glocke zu aktivieren wenn du es noch nicht getan hast und ich freue mich sehr dich beim nächsten mal wieder begrüßen zu dürfen bis dann tschüss